Das Leben der gewaltigsten und schönsten Säugetiere dieser Erde wird immer noch von den Menschen bedroht. Die fahren hier durch, als gehörte ihnen das Ganze mir. Doch ein Junge und seine Freunde haben der Umweltzerstörung den Kampf angesagt. Das ist Willie! Das ist Willie! Hey, und da drüben ist Willis Mutter! Ob er mich vermisst? Klar tut er das. Aus Einsamkeit wurde vor Jahren eine außergewöhnliche Freundschaft. Und heute beweist sich diese Freundschaft in einer Situation auf Leben und Tod. Kurz nach Mitternacht ist gestern ein 40 Jahre alter liberianischer Öltanker am Lawsonriff auf Grund gelaufen und gefährdet das Leben der Orca-Wahn. Oh nein! Wacht auf, da ist ein furchtbarer Unfall passiert! An der Küste läuft Öl aus! Den Kampf um die Rettung der Wale Schnapp dir deinen Bruder und deine Schwester und sucht eure Mutter. Ich werde, solange ich lebe, alles dafür tun, dass euer Ozean sicher bleibt. Für dieser Junge mit seinen Freunden. Ich will euch helfen! Nein, dann müssen Randolph und ich raten. Du kannst da nichts tun. Klar kann ich! Nicht aufgeben, wir retten die anderen, versprochen! Jeder, für die, jeder! BD, BD! Jotie! Warner Bros. präsentiert ein neues Abenteuer einer außergewöhnlichen Freundschaft. Klasse, Willi! In einem mitreißenden Kinoerlebnis. Free Willy 2 – Freiheit in Gefahr. Möchheim. BD, BD-G BD. BDZ – mortality in Gefahr. BD, BD, BD-S-W-N-T-N-T-T. BD, BD, BD-BD-B-B-B-B-K-A-N-T-M-G. BD, BD-B-B-B-B-B-A-N-T. Vielen Dank.